Hallo, ich bin Michael Friedrich, Führungs- und Vertriebstrainer aus Aachen und ich informiere Sie in meinem heutigen Kurzbeitrag, wie Sie die Weichen für eine erfolgreiche Unternehmensnachfolge stellen. Das Thema Unternehmensnachfolge wird nach wie vor von vielen Unternehmen unterschätzt. Das Institut für Mittelstandsforschung in Bonn schätzt, dass jedes Jahr rund 90.000 Betriebe mit ca. einer Million Arbeitsplätzen einen neuen Nachfolger suchen. Wegen fehlender Vorsorge und Planung scheitern dabei jedoch jährlich viele Unternehmer, die aus diesem Grund vor der Aufgabe ihres Lebenswerkes stehen. Für die erfolgreiche Übergabe eines Unternehmens empfehle ich, sich frühzeitig mit dem Thema zu beschäftigen und die wichtigsten Angelegenheiten zu planen. In einem ersten Schritt klären Sie, ob Sie das Unternehmen in der Familie weiterführen oder in fremde Hände übertragen wollen. Diese Entscheidung hängt davon ab, ob es innerhalb der Familie eine geeignete Unternehmerpersönlichkeit gibt, die die Nachfolge des bisherigen Chefs übernimmt. Alternativ prüfen Sie, ob auf dem freien Markt eine geeignete Geschäftsführung zu finden ist, die Sie für diese Aufgabe engagieren. In manchen Situationen ist auch eine Doppelspitze möglich, wenn zum Beispiel der interne neuen Führungskraft bestimmte Erfahrungsbereiche fehlen, die ein externer Spezialist ausgleicht und kompensiert. Die Kriterien für die Auswahl der geeigneten Kandidaten, der Zeitpunkt der Übergabe und die persönlichen Altersvorsorgeansprüche des bisherigen Inhabers klären Sie am besten mit ausreichend zeitlichem Vorlauf. In der Regel haben Sie einen großen Einfluss auf die weitere Entwicklung Ihres Unternehmens. Die konkreten Planungen beginnen Sie spätestens drei bis vier Jahre vor der Übergabe. Zunächst klären Sie, ob Sie den Wunschnachfolger tatsächlich gefunden haben. Wenn ja, starten Sie im Anschluss verbindliche Absprachen und Verhandlungen zum weiteren Prozedere, die in einem detaillierten Projektplan für die Übergabe münden. Neben einer guten Planungsphase, in der auch externer Rat von einer Wirtschafts- oder Steuerkanzlei hilfreich ist, wird die gründliche Einarbeitung des Nachfolgers sehr wichtig und entscheidend. Er oder sie lernt beispielsweise die Bilanzen, die internen Prozesse, die Zulieferer und selbstverständlich auch die Mitarbeiter kennen. Es ist zu prüfen, ob Änderungen in den internen Abläufen, den Strukturen oder auch der Führungsmannschaft des Unternehmens gewünscht beziehungsweise notwendig sind. Alle Vereinbarungen halten Sie stets schriftlich fest. Damit vermeiden Sie späteren Streit, auch innerhalb der Familie. Spätestens zu diesem Zeitpunkt regeln Sie auch die steuerliche Gestaltung des Übergabeprozesses. Eine alternative Form der Übergabe besteht im Verkauf von Unternehmensanteilen an das bestehende Management, ein sogenanntes Management Buyout, MBO, oder auch ein Management Buy-in, in dem Sie Anteile an externe Manager veräußern. In dieser Situation ist es wichtig, dass Sie von Banken verschiedene Finanzierungslösungen entwickeln lassen, um eine optimale Gestaltung zu erreichen. Dies gilt selbstverständlich auch für eine mögliche Neuanlage beziehungsweise Investition Ihrer Erlöse. Erfahrene Vermögensverwalter stehen hier mit Rat und Tat zur Seite. Ab dem Zeitpunkt der Übergabe ist es wichtig, dass sich der bisherige Geschäft aus dem Alltagsgeschäft heraushält und nur noch dann für gelegentlichen Rat oder Gespräche zur Verfügung steht, wenn er konkret dazu eingeladen wird. Der nun beginnende Prozess ist gerade für Unternehmer, die ihren Betrieb innerhalb der Familie an einen Nachfolger übergeben haben, herausfordernd und oft von Übergabeschmerzen geprägt, gerade dann, wenn der neue Chef strategische Entscheidungen fällt, die eine Abkehr von manchen bisherigen Gepflogenheiten bedeuten. Dieser Rollenwechsel fällt oft schwer. Er erfordert jedoch eine Akzeptanz der Entscheidungen der neuen Führungspersönlichkeit und ein Loslassen der gewohnten Rolle als Unternehmenslenker. Für den Fall des plötzlichen Ausscheidens des bisherigen Unternehmens infolge von Unfall, Krankheit oder Tod ist es wichtig, dass Sie alle notwendigen Fragen in schriftlicher Form durch eine Notfallplanung oder ein Testament im Vorfeld klären und entscheiden. Dazu gehören Fragen wie Ich wünsche Ihnen viel Erfolg bei der Umsetzung einer lautlosen und erfolgreichen Unternehmer. Unternehmensnachfolge. Herzliche Grüße, Ihr Michael Friedrich.